Das war 1975 auf den Bahamas, oder? Mein erster Job als Animateurin, kann ich Ihnen sagen. Gar nicht so einfach, den Männern klarzumachen, dass man nicht zur freien Verfügung steht. Ich musste ganz schön sägen an dem Ast. Du warst ja auch kein Clubgast, sondern Pilot. Nicht mal ein winziges Schlückchen? Ein winziges, ja. Du hast sie wohl nicht, oder was? Bei uns Piloten gibt es einen Spruch. 12 Hours from Battle to Throttle. Also lass den Quatsch, ja. Okay, dann trinke ich den Rest eben alleine. Zum Wohl. Ja, dann gehe ich schon mal ins Bett, ja? Ich bin nach den beiden. , ich bin nach covered. Benefit. Ich bin nach meinem Suzanne Äować. displi-